Ich muss auch mal alles absprechen. Schau, du wirst nicht rufen. Gut. Mal gucken, ob ich die Karte wenigstens in den Ding stecken kann. Das funktioniert merkwürdig, ne? Das ist doch nur ein Schalterchen oben nicht. Ich glaube, das ist trotzdem ein Auto. Bitte verkloppt. Ja, ist gut. Mach halt. Kann ich? Ja. Kann ich? Ja. 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 Ja.